Das wichtigste Thema ist, Wie können wir die Weltfinanzmärkte weiter stabilisieren? Denn die Weltfinanzmärkte machen derzeit überall Probleme. Und wenn es zu stark schwankenden Wechselkursen kommt, gibt es Arbeitslosigkeit. Und die Arbeitslosigkeit wollen wir ja bekämpfen. Die Weltfinanzmärkte machen. Die Weltfinanzmärkte machen. Die Weltfinanzmärkte machen. Aber wir wollen nicht die Weltfinanzmärkte machen. Ich denke, es ist zuerst zu empfehlen, zu empfehlen, zu diesem Plan oder zu diesem Plan. Wir müssen weiter diskutieren. Es ist stärker, weil jetzt eine politische Wille zu progresse. Und ich denke, der Progresse wird effizient, wenn wir realistisch sind. eine politische Wille zu reduzieren. Das sind Stimmt Rutger. mit der Leibung der Leibung, die Leibung sein wird, der Leibung der Leibung der Leibung. Und ich denke, dass wir uns so viele Einagr Busen bringen, ت dann auch immer mehr,